Hände aus den Taschen, guck dir doch mal an! Hör mal hoch! Hör mal das P umdrehen! Die Fahrer rüber schießen. Leider. Ich hab sogar auch mein Bundesverdienst heute dabei. Wenn ich gerne einfach euch zeige, ich werde eigentlich ein Bundesverdienst einfach wegnehmen und sagen dann, noch mal alle im Chor rufen, ihr repräsentiert uns nicht! Lass uns auch hören! Eins, zwei, drei! Ihr repräsentiert uns nicht! Ihr repräsentiert uns nicht! Danke! Super! Hör mal! Das sollte euch zu denken geben! Hör mal geil! Hör mal! So! Kann man zu diesen? Meisterbürger! Ich will mal jetzt schon abgehen! Hallo, willst du noch einen abgehen? Ja klar, aber dann müssen wir hier auch immer ausprobieren! Wir können jetzt ja mal zum Fernsehen oben reden! Das sind schönere Bilder! Ja, oder mal anders! Andersrum, zerser! Lass es doch jetzt so! Ja, ja, ja! Das ist ja das gute Glück! Wollen wir nicht mit der Flanäse zum Flanäse kommen? Wollen wir einfach zurückkommen? Dann gehen wir mal so rum! Wollen wir einfach zurückkommen? Ja! Wollen wir einfach zurückkommen? Ja! Wollen wir einfach zurückkommen? Und Schilder ablegen! Vielen Dank! Danke! Danke!